Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir wollen heute noch einmal über Ripple XRP sprechen und warum XRP höchstwahrscheinlich als Spitzenreiter bald durchstarten könnte. Und ja, ich weiß, das haben schon sehr, sehr viele häufig gesagt und man kann es nicht mehr hören, aber es wird nun immer wieder wahrscheinlicher. Ich sage euch gleich warum. Wir haben auch noch einen interessanten Artikel und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, der Kryptomarkt hat nochmal ordentlich gescheppert. Seid ein bisschen vorsichtig, was vielleicht den Kurs angeht. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin leider kein Vollzeit-YouTuber. Dafür nutze ich zu wenig Clickbait, als dass ich davon leben könnte. Dementsprechend ist es immer so, dass ich an einem Tag eigentlich immer so 3, 4, 5 Videos produziere und die dann die Woche hoch schieße. Daher es kann natürlich sein, wenn ihr das Video jetzt seht, dass der Chart noch ein bisschen tiefer oder auch schon wieder ein bisschen höher sitzt. Das soll auf jeden Fall gesagt. Ja, warum ich allerdings denke, dass Ripple XRP Spitzenreiter bald werden könnte, beruht eigentlich so ziemlich auf den Aussagen, die ich auch die letzten 6 Monate eigentlich immer getroffen habe. Ich habe da schon gesagt, Ripple hat natürlich ja noch die Klage mit der SEC im Nacken, das wissen wir alles. Und das, wenn sie die Klage überstanden haben, natürlich positiv überstanden haben, sehr, sehr viele Gelder umverteilt werden. Und wir damit die erste wirkliche Kryptowährung haben, die komplett durchreguliert ist, die akzeptiert wird, die von Banken gehandelt akzeptiert wird. Und gegebenenfalls vielleicht sogar tatsächlich, da stehen noch viele Vents im Raum, aber tatsächlich vielleicht sogar als Brückenwährung dann für SWIFT dient. Und einen gewissen Part davon letztendlich abbekommt. Und das, was ich hinzugefügt habe, ist nämlich auch, dass die SEC, wenn sie mit Ripple durch ist, sich nämlich sämtliche andere Kryptowährungen vornehmen wird, sämtliche Altcoin-Unternehmen. Das dann höchstwahrscheinlich nicht so rosig ausgehen wird und diese dann wahnsinnig unter Beschuss stehen. Und genau das ist jetzt nämlich langsam eingetroffen. Ihr habt es vielleicht im letzten Video schon gesehen, da habe ich ein Video drüber gemacht, dass die SEC jetzt Binance unter Beschuss nimmt. Und da war nämlich ein Schlüsselargument auch, was Gary Gensler, unser absoluter Liebling, da auch natürlich gesagt hat, dass in seinen Augen so ziemlich jeder ICO, also Initial Coin Offering, heißt es, der Launch der neuen Kryptos, eigentlich ein illegaler Wertpapierhandel irgendwo war. Und dass sie sämtliche Kryptowährungen nun unter Beschuss nehmen wollen und dementsprechend, wenn es tatsächlich so kommt, dass es heißt, okay, nicht nur BNB, sondern jetzt auch Cardano, Polkadot, Solana und allem drum und dran. Alle, wirklich ausnahmslos, werden dann jetzt eine Klage an der Backen haben und die dann sich ebenfalls zwei, drei Jahre zieht. Ripple hat schon anderthalb Jahre hinter sich. Die werden in dem Fall dann, wenn es wirklich so kommt, die einzigen oder beziehungsweise die ersten sein, die da mit durch sind. Und wo es dann wirklich heißt, okay, wir haben nichts mehr zu meckern, das darf offiziell gehandelt werden, auch von Banken darf es gehandelt werden, per Bankenkauf getradet werden, Brückenwährung bliblablub. Also, das wäre absolut heftig. Dann, wie gesagt, werden, wie ich es vor sechs Monaten gesagt habe, sämtliche Gelder umverteilt werden in XRP und ich sage mal, selbst wenn aus jedem Coin da vielleicht irgendwie nur 5 bis 10 Prozent oder so rausfließen, die umverteilt werden in XRP, dann könnten wir da bei XRP tatsächlich utopische Preise sehen. Aber jetzt sei natürlich wieder ganz klar gesagt, natürlich ist es Spekulation, da stehen sehr, sehr viele Vents im Raum, ganz klar. Aber wir sind im Kryptobereich ja nun mal im Spekulationsmarkt und von daher können wir das auch so anpriesen. Und natürlich muss der gesamte Markt sich irgendwo auch mal wieder beruhigen, ansonsten, ja, so tief wie jetzt gerade alles steht, so viel Geld ist da tatsächlich auch gar nicht mehr drin im Markt, dass es unverteilt werden kann. Aber, ja, das auf jeden Fall dazu, also das sind sehr, sehr gute Aussichten eigentlich für Ripple XRP, auch wenn der Chart natürlich absolut scheiße gerade aussieht. Das können wir auch nicht schönreden, das sieht katastrophal aus, das Portfolio, das Investment ist wahrscheinlich roter als rot. Aber, ja, nichtsdestotrotz sind es meines Erachtens sehr, sehr gute Aussichten, wirklich speziell für XRP, wenn die SEC da wirklich anfängt, jetzt sämtliche Kryptos unter Beschuss zu nehmen. Und Ripple in dem Fall das erste Unternehmen sein wird, was damit durch ist. Denn so eine Klage ist ja völlig egal, was da jetzt vorgeworfen wird oder nicht, oder ob das alles stimmt oder nicht. Selbst wenn alle Kryptos da nie irgendwie was Illegales hatten und das alles super rosig ausgeht, du hast es halt trotzdem erstmal im Nacken und das wird dich jahrelang beschäftigen. Ich spreche da selber aus Erfahrung, ich habe natürlich keine Millionenklagen an den Backen gehabt oder so, aber ich habe halt selber schon mehrere Prozesse hinter mir aufgrund der Selbstständigkeit. Wenn ich irgendwie einen Kunden hatte, der nicht bezahlt hat, dann habe ich ihn verklagt und allen so drum und dran. Und das zieht sich einfach regelmäßig. Also, das hat auch teilweise zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich da dann meine Gelder bekommen habe, beziehungsweise habe ich da teilweise einen Kunden, der jetzt immer noch Geld bei mir abzahlt und der wird erst in vier Jahren damit durch sein, weil er insolvent ist und in dem Fall nicht ganz so viel hat und nicht ganz so viel kann. Und das ist halt einfach immer das Problem, wenn du eine Klage reingedrückt bekommst. Die SEC kann einfach nur erstmal sagen, das ist so gewesen. Und da kann die Gegenseite nicht einfach sagen, nee, das ist nicht so und alles gut, sondern die SEC muss das noch nicht mal beweisen, sondern das angeklagte Unternehmen in dem Fall ist verpflichtet, das Gegenteil zu beweisen. Und das ist halt der Grund, warum es dann immer so sich so lange zieht und die ganzen Fristen, dann wird das hingesendet, da hat die SEC zwei Wochen zu antworten, dann hat wieder die Gegenseite zwei Wochen zu antworten, dann wird das der Richterin vorgestellt, die gerade auf ihrem sechs Wochen Malediven Urlaub ist und dann zieht sich das nochmal wieder sechs Wochen. Also, das ist einfach ein ultra langwidriger Prozess und ja, auch wenn Ripple jetzt anderthalb Jahre hinter sich hat, kann es natürlich sein, dass es trotzdem nochmal anderthalb Jahre dauert. Das hoffen wir nicht, aber das besteht natürlich diese Möglichkeit und aber nichtsdestotrotz denke ich, in dem Fall wird XRP wirklich als Spitzenreiter daraus hervorstechen, weil sie das einfach, ja, erstmal sowieso gehe ich davon aus, dass sie es gewinnen werden und dann sind sie wirklich die Ersten, die durchreguliert sind und die das Ganze positiv überstanden haben, während alle anderen das noch am Nacken sitzen haben. So, das ist so der Hauptgrund. Und wir haben hier nämlich auch noch einen interessanten Artikel, da geht es auch nochmal um die Bank, die Top Bank in Curaçao, Vida Nova. Sehr, sehr, sehr geile Partnerschaft auf jeden Fall. Also eine weitere Bank in dem Fall als Partnerschaft mit dem Ripple Netzwerk und der Technologie hier, ich packe euch den Artikel auch nochmal in die Videobeschreibung und das ist halt auch so ein Ding, klar, bei Banken ist es natürlich immer so, die unterstützen natürlich irgendwo auch dann Zombie-Unternehmen und allem drum und dran und schmeißen die Kredite nur so weg, aber ich glaube in dem Fall tatsächlich nicht oder ich würde nicht davon ausgehen, dass Ripple, also dass sämtliche Banken oder sämtliche andere Unternehmen, es sind ja auch in dem Fall nicht nur Banken, auch Zahlungsdienstleisten, allem drum und dran Partnerschaften, alle mit Ripple, mit dem Ripple Netzwerk eingehen, wenn die gerade irgendwie auf der Kippe stehen würden, insolvent zu sein oder so und nicht mehr überleben oder irgendwie ansatzweise auf der Kippe steht, dass sie die Klage verlieren würden und dementsprechend der Handel in den USA oder sonst wo eingestellt wird und die ganze Partnerschaft wird dadurch platzen. Also wenn das so krass auf der Kippe stehen würde, jedes seriöse Unternehmen würde sagen, nee, da lassen wir zumindest erstmal die Finger von und wir warten, wie das Ganze ausgeht und wenn das Ganze positiv für euch ausgeht, selbstverständlich können wir danach eine Partnerschaft machen, aber nicht im Vorhinein. Also ja, ich halte das für sehr, sehr belanglos und das sind meines Erachtens alles Dinge, die in dem Fall für Ripple XRP sprechen. Ja, denn wenn wir uns dann natürlich nochmal den Markt anschauen, ja, sämtliche Kryptos sind gerade im absoluten Dip, im absoluten Crash. Es wird einige Altcoins, denke ich, geben, ich kann euch auch nicht hundertprozentig sagen, welche das sind, aber es wird, denke ich, einige Altcoins geben, die das nicht überleben werden, insbesondere wenn sich das, so ein Bärenmarkt jetzt natürlich nochmal tatsächlich vielleicht ein, zwei Jahre zieht bis zum nächsten Bitcoin-Harving, 2024. Aber Ripple hat zum Beispiel schon zweimal so eine heftige Phase durchgemacht und da standen die noch deutlich tiefer und hatten noch viel, viel weniger Sponsoren, viel, viel weniger Partnerschaften und von daher, ja, klar, der eine oder andere hat jetzt auch schon gesagt, ja, Ripple oder XRP ist tot, das wird der erste sein, der verschwindet und bliblablub, aber da sehe ich halt das genaue Gegenteil und ich bin gewiss kein XRP-Maxi. Es gibt ja so viele, die sagen ja, nur XRP und XRP wird sogar auch Bitcoin verdrängen und so weiter und das glaube ich persönlich nicht. Ich denke, Bitcoin wird Spitzenreiter bleiben, aber ich denke nach wie vor, dass XRP die Nummer 2 sein kann und dementsprechend auch Ethereum vom Thron stoßen kann und wird in naher Zukunft. Wie gesagt, wenn ich sage, naher Zukunft sprechen wir nicht von ein paar Wochen, sondern nach wie vor die gleiche Prognose wie vor sechs Monaten auch. Ich gehe davon aus, dass es Richtung 2025 bis 2027 der Fall sein wird, ja. Die Welt, die Märkte müssen sich jetzt ein bisschen beruhigen und mit dem Bitcoin-Harving haben wir bisher immer den nächsten Bullrun aktiviert und dieser Zyklus wird, denke ich, gleich sein. Jetzt sagen natürlich viele, ja, man kann die Vergangenheit nicht mit der Zukunft vergleichen, das ist kein geschriebenes Gesetz, aber das ist ja in dem Fall schon so. Bitcoin hat ja eigentlich feste Regeln, sprich, dass alle vier Jahre dann dieses Halving ist. Das ist ja nicht so, ja, das ist mal nach drei Jahren, mal nach zwei Jahren immer so, wie man Bock hat, ungefähr. Und genauso mit dem Wert auch, dass es nur diese 21 Millionen gibt. Es gibt nicht plötzlich 23 Millionen oder 28 Millionen oder 100 Milliarden, wie auch immer, sondern in dem Fall gibt es ja wirklich feste Gesetze, in Anführungsstrichen, so gesehen, für den Bitcoin. Und dementsprechend kann man schon daher mehr sagen, ja, was in der Vergangenheit eingetroffen ist. Das ist auch relativ wahrscheinlich, dass es in der Zukunft wieder eintrifft. Und dementsprechend denke ich schon, dass wir jetzt gerade definitiv nicht schleunigsten Bullrun aktivieren werden. Im Gegenteil, es kann gut sein, dass wir da auch noch tiefere Preise sehen werden. Aber das ist dann Richtung 2024 mit dem Halving und spätestens im Jahr danach, 2025, so ist es bisher immer gewesen, wieder einen ordentlichen Bullrun sehen werden. Und da bin ich mir dann ziemlich sicher, dass XRP absoluter Spitzenreiter von den Altcoins dann sein wird, weil sie positiv aus der Klage hinausgehen werden. Gegebenenfalls tatsächlich die Brückenwährung da für Swift sein werden. Und auch, dass Transaktionsvolumen natürlich extrem gestiegen ist. Das ist ja auch so ein Ding, was viele extrem unterschätzen. Also, dass auch Ripple bzw. XRP einen Burn-Prozess hat. Ja, der ist aktuell absolut nicht nennenswert. Das sind vielleicht 5.000 bis 10.000 XRP, die da am Tag verbrannt werden. Insbesondere in bärischen Zyklungen ist es ja natürlich immer noch weniger als in einem Bullrun. So, und das ist bei einer Gesamtsupply von im Umlauf 50 Milliarden oder Gesamtsupply von 100 Milliarden natürlich nicht nennenswert. Das ist nicht mal ansatzweise eine Milliarde, die da im Jahr überhaupt verbrannt wird. Aber, wie gesagt, wenn der Kryptomarkt, und natürlich stehen da wieder sehr, sehr viele Events im Raum, aber wenn der Kryptomarkt sich nochmal vervielfältigt, und davon gehe ich aus, davon gehen ja eigentlich, denke ich, alle aus, die da in der Materie tief drin sind und diese ganze Materie natürlich auch supporten und daran glauben, wir werden ein viel, viel größeres Transaktionsvolumen haben. Mit, äh, tatsächlich, wenn, und wenn da nur 1% von Swift irgendwie bei rumkommt, ja, dann wird auch dieser Burn-Prozess extrem, ups, äh, extrem tatsächlich beschleunigt. Und das, äh, deswegen wird XRP noch lange nicht auf 21 Millionen runtergebrannt. Das wird nicht passieren, auch in 100 Jahren nicht, aber es wird trotzdem einfach knapper. Also dieser Prozess wird schon spürbar sein, insbesondere wenn wir auch hier den Long-Term betrachten. Und wir sind, denke ich, alle für den Long-Term da oder sollten für den Long-Term da sein. Sprich, dass wir auch mal 10, 20 Jahre in Betracht ziehen. Und da werden dann sicherlich schon die ein oder andere Milliarde auch mit verbrannt worden sein. Und das macht das Ganze natürlich dann auch knapper und insofern deflationärer und auch attraktiver in dem Fall einfach. Ja, wie gesagt, es stehen sehr, sehr viele Events natürlich im Raum, aber wir sind hier ganz klar im Spekulationsmarkt und können uns daher auch mit solchen Spekulationen befassen. Und ich bin da sehr, sehr guter Dinge, denn bisher ist es, äh, zumindest was XRP betrifft, genau so eingetreten, wie ich es in der Vergangenheit gesagt habe. Die SEC wird, äh, sich andere Unternehmen vornehmen. Und, äh, das ist jetzt genau eingetroffen. Ich hatte zwar, ähm, ich bin zwar davon ausgegangen, dass sie erst mit Ripple abschließen werden, bevor sie sich die nächsten vorknöpfen. Jetzt ist es so, die legen sich mit allen gleichzeitig irgendwie an. Ein bisschen früher gekommen als erwartet, aber es scheint tatsächlich genau so zu funktionieren. Und Ripple im Hintergrund, äh, das Netzwerk, das Team wird wahnsinnig erweitert. Weitere Partnerschaften mit immer mehr und mehr Banken. Und es deutet tatsächlich alles darauf hin, dass es dann tatsächlich so darauf hinausläuft. Und, ähm, ja, dann könnte Ripple XRP sich definitiv als Spitzenreiter im nächsten Bullrun herauskristallisieren. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Ich hab da wirklich sehr, sehr Bock drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Von daher ist XRP auch das, wo ich weiterhin mein Geld anlege. Aktuell, wie gesagt, ähm, habe ich es in den vorherigen Videos auch erwähnt, lasse ich so ein bisschen den Bitcoin-Maxi raushängen, weil die Verluste natürlich da ein bisschen mehr eingegrenzt werden. Weil, wenn Bitcoin halt mal 10% verliert, ist es bei den Altcoins meistens dann immer gleich 20, 30% oder so. Von daher. Aber ja, XRP wird nach und nach immer mehr zur größten Position, zur größten Altcoin-Position auf jeden Fall in meinem Portfolio. Und dementsprechend wird auch dort weiterhin das Geld angelegt. Und die Preise werden immer attraktiver und attraktiver. Wenn ihr natürlich eine Preisprognose sehen wollt, ich hab keine Glaskugel. Ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, wo es nach hinten gehen wird. Ich habe mich mal extrem bärisch tatsächlich positioniert und ich hab hier an der unteren Linie, in dem Fall hier bei 25 Cent, eine Buy-Limit-Order gesetzt. Ich weiß es nicht, ob die ausgelöst wird. Ob, ja, ob neu, ob überhaupt. Ähm, von daher, ich würde es auch begrüßen, wenn es es nicht unbedingt macht. Denn ich bin natürlich auch so gut mit meinem Investment drin und ich werde wahrscheinlich, wenn ich mit den Bitcoin-Investments durch bin, auch so, ähm, nochmal per Marktausführung direkt kaufen. Aber da habe ich auf jeden Fall mal vorsichtshalber eine gesetzt, falls wir tatsächlich so tief fallen sollten. Ganz unwahrscheinlich ist es tatsächlich nicht, dass er das auslösen wird, diesen Bereich anlaufen wird. Er ist halt auch echt nur noch 6 Cent davon entfernt. Ja, mal schauen. Das wäre auf jeden Fall dann, denke ich mal, ein Top-Einstieg. Ansonsten, vorerst, wie gesagt, konzentriere ich mich ein bisschen auf den Bitcoin. Aber ich habe auch in letzter Zeit natürlich schon, also nicht in den letzten Wochen, aber davor die Zeit, relativ gut XRP nachgekauft. Auch wenn das Investment natürlich jetzt im Minus steht. Ich habe sehr, sehr viel bei 60 Cent. Und auch hier war eine Buy-Limit-Order bei 46 Cent gekauft. Grundsätzlich habe ich auch Preise gehabt, da bei 22 Cent, die sogar noch im Plus stehen. Von daher, ich bin mittlerweile echt nicht verkehrt mit XRP eingedrängt, gedeckt, aber mehr geht natürlich immer. Von daher, das ist auf jeden Fall so der Stand, wie ich gerade fahre. Ihr könnt mir das ja sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze seht. Ja, denkt ihr auch, XRP wird in dem Fall Spitzenreiter sein, wenn die SEC wirklich sämtliche anderen Altcoins oder tatsächlich sogar alle unter Beschuss nimmt. und dass da mal ordentlich durchreguliert wird, ordentlich durchgespült wird im Kryptomarkt und so einiges verschwindet. Denkt ihr dann auch, dass XRP in dem Fall Spitzenreiter sein wird? Oder denkt ihr, nee, das ist alles Quatsch. XRP ist so gut wie tot und da wird auch nichts mehr bei rumkommen. Das ist Geldverschwendung und das wird alles gar nicht so eintreffen. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Ansonsten würde ich wie immer sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.